Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein weiterer Box Break hier bei mir. Ich werde hier heute ein Gems of the Game Trading Cards Basketball Box Breaken. Ich hole das mal raus. Ja, hier haben wir die gute Box. Mal gucken, ob ich das so aufkriege. Hier, da brauche ich die Schere. Ok, ich öffne die Box. Schauen wir doch mal rein. Ja, wie öffne ich das jetzt? Ok, hier. Ok, was wird es sein? Ok, es ist eine 2019 Upper Deck Michael Jordan Legacy Collection Gold in einer BCCG 9. Nierment or better. 97 NBA Finals MVP. Ok. Ja, sehr schön. Ja, das war der kleine Box Break zu dieser Trading Cards Gems of the Game Box. Ich bin damit raus, sage Danke. Bis zum nächsten Mal. Bitte weiterhin kommentieren und abonnieren. Und lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao. Ciao. zum nächsten Mal.